Zur Realisierung der aktiven Leistungsfaktorkorrektur mit dem Hochsitzsteller ist jetzt eine spezielle Regelung nötig. Dafür gibt es natürlich unterschiedliche Verfahren. Ich möchte hier bloß ein prinzipiertes Beispiel mal zeigen, wie das grundsätzlich aufgebaut ist. Das heißt, wir haben hier oben den Hochsitzsteller und unten jetzt mal den Aufbau, wie wir an dieser Stelle eine Regelung jetzt der unterschiedlichen Größen machen. Das heißt tatsächlich, von der Struktur her benötigen wir hier zwei Regelkreise. Wir benötigen einen inneren Stromregelkreis und einen äußeren Spannungsregelkreis. Das heißt, der Spannungsregelkreis wird den Strom im Eingang bzw. den Strom in der Induktivität von seinem Spitzenwert her so regeln, dass die mittlere Ausgangsleistung für eine mittlere Ausgangsspannung UA sorgt, die dem gewünschten Wert entspricht. Typischerweise bei so einem Hochsitzsteller-PFC-Schaltung sind das 400 Volt, 380 bis 400 Volt, weil, wie gesagt, diese oberhalb des maximalen Momentanwertes der Netz-Eingangsspannung sein muss. Das heißt, man kann sich so vorstellen, die äußere Regelschleife regelt zwar die Spannung, aber eigentlich darüber, dass hier der Spitzenwert des Stromes in der Induktivität und damit die aufgenommene Leistung variiert wird. Also das ist sozusagen die Aufgabe dieses äußeren Spannungsregelkreises. Tatsächlich haben wir hier so eine Kaskadenstruktur. Das heißt, wir messen zwar die Ausgangsspannung hier runter, das ist sozusagen der Istwert, der Ausgangsspannung runtergeteilt über diesen Spannungsteiler, üblicherweise so von den 400 Volt halt im Bereich von wenigen Volt. Das wird hier verglichen mit der Referenzspannung, das ist der Sollwert. Dort haben wir dann einen I-Regler und dieser ist jetzt so langsam, dass er zwar im Mittel diese Amplitude regelt, aber die Ausgangsspannung darf nicht so schnell nachgeregelt werden, dass wir die 100-Hertz-Welligkeit hier am Ausgang ausregeln, weil es ansonsten zu einer Störung des Netzstromes kommt. Und der Ausgang dieses Spannungsregelkreises liefert dann hier den Sollwert für den Stromregelkreis. Das heißt, wir kriegen dort einen Stromsollwert. Jetzt benutzt man nicht direkt die Ausgangsspannung des Spannungsregelkreises, sondern man multipliziert die hier mit der runtergeteilten Eingangsspannung hinter dem Brückengleichrichter. Das heißt tatsächlich, hier haben wir die Eingangsspannung des DC-DC-Wandlers. Diese ist der Betrag der Netzspannung. Man teilt die jetzt runter, damit man hier auch diese runtergeteilte Netzspannung kriegt und damit hier für den Stromregelkreis einen zeitlich veränderlichen Sollwert hat. Das heißt, das Ziel ist ja, dass der Stromregelkreis eigentlich die Form nachregelt. Deswegen ist der hier deutlich schneller ausgeführt. Das heißt, dieser Stromregelkreis soll in der Lage sein, für langsame Änderungen der Eingangsspannung während der Periode den Strom proportional nachzuführen und kriegt dann als seinen Sollwert, seine Referenzgröße hier deswegen ein von der Eingangsspannung abgeleitetes Signal, dessen Amplitude aber abhängig ist von der benötigten Ausgangsspannung. Das heißt, wenn hier am Ausgang die Ausgangsspannung zu niedrig ist, wird der Spannungsregler die Spannung erhöhen. Damit wird sozusagen dieses Referenzsignal amplitudenmäßig größer, aber die Form des Referenzsignales wird abgeleitet von der sinusförmigen Eingangsspannung und damit wird auch vorgegeben, wie dann dieser Stromregler nachregelt und dieser Stromregler misst dann hier den Strom in der Induktivität. Hier so ein Beispiel, wie man das machen kann, indem man im rückfließenden Kreis, also in der Rückführung, den Strom messen kann durch den Strommesswiderstand, weil tatsächlich hier der Strom fließt in der geschlossenen Schleife. Egal, ob er über die Diode fließt oder über den Transistor, er muss hier zurückfließen. Das heißt, der Strom IL, der hier unten fließt, ist der gleiche, der dort oben fließt. Dieser wird dann verglichen in diesem inneren Regelkreis mit der veränderlichen Referenz. Da haben wir eine sogenannte Folgewertregelung. Das heißt, hier ändert sich der Wert zeitlich und danach wird sozusagen das PWM-Signal über einen PWM-Komparator beispielsweise erzeugt. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Regelmechanismen. Einerseits die Ausgangsspannung, andererseits die Form des Stromes und das macht die PFC aus und das wollen wir uns jetzt in der Simulation mal anschauen. Dazu habe ich hier mal kurz so eine Schaltung in LTSpice dargestellt. Achtung, hier sind ein paar Blöcke dabei. Die kriegen Sie nicht als Standardblöcke in LTSpice. Ich habe mir diese regelungstechnischen Blöcke als Modelle erstellt. Hier ein proportional Integralblock, Summationsstellen, Differenzstellen, ein Multiplikator und hier ein PWM-Modulator. Dahinter verbergen sich eigentlich bloß kleine Schaltungen, damit man nicht immer zum Beispiel die ganzen OPs und Komparatoren hier drin haben muss. Wenn man hier eine etwas kompliziertere Regelstruktur hat, würde das dann sehr schnell unübersichtlich werden, sondern dass man hier sieht auf der Ebene, okay, wir haben hier bloß unterschiedliche Systeme aus regelungstechnischer Sicht und wir gucken uns dann an, wie das dann auf der Systemebene funktioniert, ohne abhängig von der praktischen Realisierung. Vom Prinzip her dasselbe, was wir gerade gesehen haben. Ich habe einerseits eine Strommessung, andererseits eine Spannungsmessung. Das heißt, hier die Ausgangsspannung wird über ein Proportionalelement runtergeteilt um den Faktor 100. Das heißt, es entspricht dem Proportionalelement mit 0,01. Hier dann verglichen, das ist der Soll-Istwert-Vergleich, mit einer Soll-Spannung, die hier 4 Volt beträgt. Das heißt, der Regler hier als PI-Regler realisiert, wird versuchen, die Ausgangsspannung auf einen Wert von 400 Volt zu regeln. Dann, dieses Ausgangssignal geht hier auf den Multiplizierer, wird dort multipliziert mit der runtergeteilten Eingangsspannung hinter dem Gleichrichter. Das heißt, hier ergibt sich ein Betrag Sinus Omega T proportionaler Verlauf. Das ergibt den Sollwert für die Stromregelung und dieser wird dann verglichen mit dem Strom-Istwert. Und hier der zweite PI-Regler versucht dann, hier den Strom-Istwert dem Sollwert nachzuführen. Und man sieht hier schon, die Nachstellzeit ist deutlich kleiner. Das heißt, der wird jetzt über die Netzperiode relativ schnell den Strom zügig nachregeln, hat eine Nachstellzeit von 10 Mikrosekunden im Gegensatz. Der Spannungsregler hat hier eine Nachstellzeit von 50 Millisekunden, wird also deutlich langsamer die Spannung nachregeln. Und aus dem Ausgangssignal des Stromreglers wird dann hier ein pulsweitenmoduliertes Signal für den Schalter erzeugt. Die Ergebnisse der Simulation habe ich jetzt hier mal rechts dargestellt. Achtung, tatsächlich, LTSpice ist vielleicht nicht das richtige Tool, um so etwas sehr gut zu simulieren. Die Simulation dauert relativ lang. Es gibt andere Simulationstools, speziell für die Leistungselektronik, die dann bei so einer Simulation bessere Ergebnisse liefern. Aber nichtsdestotrotz, wenn man ein paar Minuten wartet, das heißt, bei diesen idealen Elementen kann man dann hier die Verläufe rauskriegen. Ich habe jetzt hier gewartet, bis wir im eingeschwungenen Zustand sind. Das heißt, das ist hier eine Simulation bis einer halben Sekunde abgelaufen. Das heißt, über einige zig Netzhalbwellen, die wir dort haben, um jetzt diese Verläufe rauszukriegen. Jetzt haben wir hier ganz oben diesen Verlauf der Ausgangsspannung. Das heißt, hier haben wir die Spannung UA. Sehen wir im Mittel irgendwo um 400 Volt herum geregelt, aber mit einer gewissen Welligkeit. Achtung, diese Welligkeit ist jetzt bei 100 Hertz. Und diese Welligkeit, auf die muss der Kondensator ausgelegt sein. Das ist einfach die pulsierende Leistung, die eingangsseitig aufgenommen wird. Dort muss die Energie kurzzeitig von dem Kondensator geliefert werden. Das heißt, wir sehen hier sehr schön, wenn der Eingangsstrom 0 ist, nimmt die Spannung am Kondensator ab. Und dann im Bereich des Maximums nimmt dann die Spannung am Kondensator wieder zu. Wir haben also dann hier sozusagen zeitweise Energieabgabe von dem Kondensator, wenn die Energie zu gering ist, die wir am Eingang aufnehmen. Und eine Energieaufnahme, wenn wir ein Überangebot sozusagen von Leistung haben, die wir aufnehmen, wo wir im Kondensator dann die Energie speichern. Darunter ist jetzt der Stromverlauf in der Induktivität. Das heißt, das ist dieser Strom-IL, den wir dort haben. Sieht man jetzt so Sinus-Halb-Schwingungsmäßig, aber hier so ein breites Band rum. Tatsächlich, diese Schaltung taktet jetzt hier in der Simulation mit 100 Kilohertz, was so ein realistischer Wert wäre. Üblicherweise hätten sie Schaltfrequenzen irgendwo zwischen 40 Kilohertz bis 120 Kilohertz vielleicht, je nach Leistungsklasse. Und wir sehen, okay, vom Mittelwert her, das ist schon ein relativ gut Betrag eines Sinus. Und hier unten, ganz unten, sieht man dann die Verläufe einerseits von dem Strom, der aus dieser Quelle rausfließt. Das heißt, das wäre der Netzstrom, der rote Verlauf und andererseits die Spannung U-Netz, die wir hier haben. Das heißt, ich muss kurz durchstreichen, das wäre die Spannung U-Netz. Und wir sehen hier, proportional zur Spannung verläuft jetzt auch in etwa dieser Strom. Und wenn Sie dort jetzt eine Fourier-Reihenentwicklung machen würden, würden Sie sehen, tatsächlich Oberschwingungen zumindest bei Vielfachen der Netzfrequenz sind nicht vorhanden. Aber, wenn wir jetzt reinzoomen, dann sehen wir hier natürlich, wir haben eine Welligkeit, sowohl im Strom durch die Induktivität als auch in dem Netzstrom. Das heißt, hier, wir kriegen hier so langsam veränderliche Verläufe, wie wir sie sonst typisch bei DC-DC-Wandern haben, wo dann langsam der Strom in der Induktivität zunimmt. Und das machen genau sozusagen diese Regelkreise hier. Das heißt, wenn wir dort mal reingucken, habe ich jetzt erst mal ganz oben den Verlauf dieser gleichgerichteten Eingangsspannung. Und wir schauen mal, wie dann sozusagen der Sollwert für den Strom aussieht. Das heißt, messen wir hier, sehen wir runtergeteilt, der Stromsollwert hat einen proportionalen Verlauf dazu. Und der Istwert wird jetzt nachgeregelt, dass die Differenz, natürlich wenn wir ein PI-Regel haben, zwischen Soll und Istwert idealerweise verschwindet. Und wir sehen dann hier, okay, der Sollwert, den wir dort rauskriegen, gibt letztlich den langsam veränderlichen Mittelwert des Stromes durch die Induktivität wieder. Weil der Strom durch die Induktivität, hier der Istwert, letztlich bloß der Betrag des Eingangsstromes ist, wird deswegen auch der Mittelwert des Eingangsstromes hier einem Sinus folgen, obwohl tatsächlich diese höherfrequenten Anteile in dem Istwert dann natürlich vorhanden sind, aufgrund der Schaltvorgänge, die wir dort haben. Das ganz kurz ist die grundsätzliche Funktionsweise einer aktiven Leistungsfaktorkorrektur mit einem Hochsetzsteller, so die Prinzip-Schaltung, die heutzutage relativ häufig eingesetzt wird, wenn sie einphasige Verbraucher haben, die sie ans Netz schalten müssen und verhindern müssen, dass der Strom zu groß ist.